Schwung kommt auf an den Märkten und das nach unten, nicht so richtig überraschend, wir hatten ja schon mehrmals angesprochen, dass es eigentlich nicht so untypisch wäre, wenn der Markt nochmal einmal nach unten geht, möglicherweise ist es genau das, was wir im Moment beim DAX, hier der DAX Future, gerade sehen, also diese Abwärtsbewegung, die uns, diese Zone können wir getrost nochmal in die Länge ziehen, vielleicht nochmal in Richtung 15.800, Entschuldigung, 600 bringt, das ist nicht Pflicht, aber wundern würde es mich nicht, es hätte den Vorteil, dass wir dieses Verhaltensmuster ein bisschen auflösen, kann auch ein bisschen höher sein, ich sage mal ganz grob, zumindest mal aber irgendwo in diese Box, wer es jetzt nicht genau lesen kann, der ist bei meinen 15.800 und 15.600, irgendwie sowas in diese Richtung, alles was oberhalb des März 22. Zwischenhochs ist, das ist 15.500 in etwa, beim Future ist alles erst nochmal ganz okay, beim Index gucken wir auch nochmal schnell nach, da waren das glaube ich 300, wenn ich das richtig weiß, 15.300 beim Index, solange wir da oberhalb bleiben, ist die Welt in Ordnung, müssen wir mit nichts Bösem unbedingt rechnen. Gucken wir ganz kurz nochmal auf den Intraday-Chart, denn diese Updates sind ja eigentlich eher was so um das ganz kurze Geschehen für den Nachmittag, was passiert heute noch, was passiert morgen, sowas in der Richtung aufzufassen. Also das ist eine Bewegung, die uns in den nächsten vielen Stunden durchaus passieren kann, dass der Markt so in diese Richtung hier marschiert, also da unten diese Zone, die angesprochene, erreicht. Damit hatten wir grob gerechnet, zumindest, dass das passiert, das haben wir nicht gesagt, das passiert 100%, aber es wäre das typische Bild eben, dass das passiert. Und wir sehen im 5-Minuten-Chart eigentlich ein ganz interessantes Szenario, nämlich die starke Abwärtsbewegung, eine Aufwärtsbewegung, die klar korrektiv ist. Sie ist dreiwellig. Ja, dreiwellig, warum? Weil das hier das hoch war und davor war es eben dreiwellig. Selbst wenn ihr das hier noch mit reinzählt und sagt, ja, aber das gehört doch auch irgendwie mit dazu. Na gut, da kann man drüber streiten, aber eben die Erwartungshaltung, dass sich das nachher nochmal fortsetzt, das ist genauso dieses Bild, über das wir regelmäßig reden. Ist damit das bullische Bild gänzlich vom Tisch? Ganz ist es noch nicht vom Tisch, denn wir hatten eine interessante Situation, nämlich, dass wir einen fünfwelligen Anstieg, sehr vereinfacht mal dargestellt haben, jetzt einen dreiwelligen Rücksetzer, wenn er jetzt wirklich aufhört zu fallen und dann durch dieses Zwischentuch hier nochmal durchläuft. Das ist weit weg. Ich gebe es zu, das Zwischenhoch, das ist das, was wir heute gegen 11.30 Uhr in etwa hatten, ungefähr bei 16.010 beim Future in etwa. Wenn wir da durchgehen, dann geht es wahrscheinlich nicht nur bis dahin, sondern dann werden wir auch dieses Hoch nochmal reißen. Vielleicht sogar deutlich mehr, das werden wir dann sehen. Also da hat man dann eine Indikation, dass es für mehr durchaus nochmal was gut ist, mit ungewisser Höhe, wie weit es dann noch darüber hinaus schießt. Aber das bräuchten wir dann schon langsam. Was der Bullenmarkt jetzt überhaupt nicht bräuchte, wäre etwas Ähnliches, was wir hier haben. Hier hinten irgendwann nochmal, vielleicht sogar noch erst nochmal weiter gefallen und danach diese Korrektur. Das sind alles Zeichen. Ne, ne, lass uns nochmal weiter die Short-Richtung mitnehmen. Das scheint noch zu gelten. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sogar aktuell der Fall ist. Aber das werdet ihr hier am Nachmittag erkennen, ob wir jetzt irgendwie wackelig oder doch irgendwie steil hochgehen um diese Marke. Bis dahin bin ich eigentlich im Übergeordneten vorläufig. Nicht im ganz Übergeordneten. Da kennt ihr meine Einstellung und Meinung. Aber sind wir eher auf der Abwärtsseite dann noch. Wenn da zwischendurch mal sowas kämen, kann man natürlich auch mal Zwischenlong machen. Es ist genau das gleiche Bild wie das und das hier. Nur halt umgekehrt in dem Fall. Also viele sagen, das sieht man erst im Nachhinein. Können wir nochmal ganz kurz zurückgucken. Was seht ihr hier? Eine starke Bewegung. Das ist der sogenannte Eye-Catcher. Der fällt schon mal auf. Ich würde jetzt brauchen eine Bewegung. Warte mal, machen wir es nochmal ein bisschen. Ich will das mal mit euch herleiten, damit ihr das mal so ein bisschen das Gefühl kriegt. Wenn ich so eine Abwärtsbewegung sehe, so eine, dann würde ich eigentlich erwarten, dass wir, wenn wir so etwas bekommen, dass wir anschließend nochmal nach unten gehen. So, und was kriegen wir? Ne, Rudi, du hast nicht recht gehabt. Ne, macht ja nichts. Dann warten wir halt dann darauf, dass diese Bewegung, schieben wir sie nach unten, irgendwie wackelig nach oben geht. Und was haben wir gekriegt? Tatsächlich jetzt so etwas. Das wussten wir zu dem unteren Zeitpunkt. Da wussten wir das natürlich noch nicht. Aber wenn so eine Bewegung hier ist, dann kann man sagen, okay, jetzt müssen wir uns die Frage stellen. Punkt eins ist, ist das dreiwellig oder ist es nicht dreiwellig? Ist es korrektiv? Manch einer arbeitet gerne mit Trennkanälen. So was in der Richtung. Ein zweiter Test, den man machen kann, ist nochmal, ist dieser Rücksetzer hoch genug gelaufen? Das ist zugegeben hier ein bisschen knapp. Es geht mir auch nicht darum, ob man das unbedingt jetzt hat zwingend traden müssen, sondern es geht mir nur darum, dass wir es ungefähr klassifizieren. Wenn wir die Nähe 38, 20, 50, 61, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, das ungefähr erreichen, dann ist das eine hinreichende Korrektur und würde erwarten lassen, dass wenn der Kurs dann die Unterseite durchstößt, dass es dann eben ein entsprechender Short ist, wie wir es angesprochen haben. Es geht mir nicht so sehr darum, dass ihr jetzt sagt, ja, aber das war mir hier zu unsicher. Ja, das ist mir dann auch zu unsicher. Im Zweifelsfall lasse ich solche Trades dann weg. Also es geht mir nicht darum, hey, guck mal hier, was ich für ein toller Held bin. Ich sehe alle diese Trades. Aber ihr habt relativ klare Regeln, wie ihr diese Verläufe in, sagen wir mal, nachvollziehen könnt und sagen könnt, schon rechtzeitig, schon zeitnah. Ja, eigentlich, also mein Filter ist im Moment ganz klar auf der Short-Seite. Denn das ist die starke Seite, das ist eine ganz klare, schwache Seite. Vielleicht hätte man sich den noch gewünscht und hat deshalb den verpasst. Vielleicht sagt man auch, naja, ich mache den, aber wir wissen, wir reden hier nicht von der bullischen Seite in dem Moment. Wir reden hier ganz klar von der bärischen Seite. Und wenn der dann Trendkanäle, das ist nicht so mein Ding, aber horizontale Linien durchstößt auf der Unterseite, dann ist das für mich eben ein Zeichen, hier auf die Short-Seite zu wechseln. Also durchaus etwas, was man, sagen wir mal, einigermaßen zeitnah vorher noch einschätzen kann. Also das ist nicht, dass das immer erst nur im Nachhinein zu sehen ist, sondern wenn man es ein bisschen geübt hat, sind solche Bewegungen wie hier zum Beispiel, das war das Umgekehrte, relativ klar und eindeutig nachzuvollziehen. Oder sogar vorherzusagen, den Ausdruck fände ich nicht so schön, aber eben vorherzuschätzen oder einzuschätzen. So, also insofern vorläufig ist die Abwärtsseite. Ich bräuchte entweder den Bruch dieser mittleren Hochlage, die ich vorhin genannt habe, 16.010 ungefähr, beziehungsweise im Kleinen so etwas. Dann würde ich mich mindestens für einen temporären Bullen erklären lassen. Das wäre noch in Ordnung, aber vorläufig ist das im Moment nicht zu sehen und deshalb gar nicht so sehr mein Thema. Gucken wir uns deshalb auf den Dow Jones oder den Dow Jones an. Wir hatten darüber gesprochen, altes Hoch wird überschritten. Ich hätte mich nicht mal gewundert, wenn er die auch noch dann rausnimmt, aber muss er ja nicht unbedingt. Wir haben das alte Hoch überschritten und sehr häufig, wir haben es mehrfach immer wieder erzählt, ist die typische, die schnellste Reaktion, ja danach dreht er wieder. Weil viele versuchen an der Stelle long zu gehen. Ich verstehe das nach wie vor nicht. Das ist keine Long-Situation an der Stelle. Manchmal funktioniert das, aber das Problem ist, statistisch gesehen ist es häufiger, dass nach solchen Anstiegen, dass wir alter Hochs durchstoßen, dass der Kurs dreht. Macht euch das hier mal klar. Da, zack, drüber, Gegenbewegung. Zack, hier drüber, Gegenbewegung. Erstmal egal, ob das eine große oder eine kleine ist, aber dass ihr einfach wisst, gut, hier war das höher, aber auch kam erstmal eine Gegenbewegung. Hier vorne fangen wir gar nicht erst an. Der letzte, der gut war, das war dieser hier. An der Stelle. Da kam keine Gegenbewegung. Ich weiß, dass viele sagen, dann habe ich das aber verpasst. Aber selbst dann ist es sinnvoller, auf den Zwischenhochs, also hier reinzugehen, nicht auf dem absoluten Hoch, sondern auf den Zwischenhochs. Also sprich, nicht da oben reinzugehen, sondern hier, beziehungsweise hier war sogar dieser Punkt, hier unten reinzugehen, auf den jeweiligen Zwischenhochs. Das will ich jetzt gar nicht ausreizen. An der Stelle, ich wollte euch das nur optisch ein bisschen wahrnehmbar machen. Ich weiß, viele Schimpfchen schon wieder, so klein der Chart. Mir geht es nur, dass ihr dieses Verlaufsmuster wiedererkennt. So, aber jetzt gucken wir es uns etwas größer mal an. Wie sieht es denn hier aus? Naja, wonach sieht es denn hier aus? Die Abwärtsseite stark. Manche einer würde sagen, na gut, hier war mal eine Pause. Zack, hier war mal eine Pause. Und das käme dann auch vielleicht so etwas wie ein Fünfweller. Ja, gut, das haben wir schon mehrmals mitgekriegt, dass das durchaus typisch ist. Das ist wohl dann eher die Gegenbewegung und jetzt die Fortsetzung nach unten. Es gibt aktuell hier im Fünf-Minuten-Chart überhaupt nichts, was erkennen lässt, dass die Marktteilnehmer aufgegeben haben, diese Richtung. Gibt es vielleicht doch eine Chance auf eine Unterstützung? Ja, die gibt es tatsächlich, diese Chance auf die Unterstützung. Und das können wir uns mal hier angucken, im Vier-Stunden-Chart. Machen wir mal all das weg, was ich hier bisher an Linien gezeichnet habe. Denn möglicherweise ist das inzwischen schon obsolet geworden. Jetzt im Moment wäre sicherlich diese Marke, das ist das Tief vom 26.20 Uhr bei ungefähr 33.340. Alles Future-Werte, die ich hier bei den Amerikanern sage. Ein interessanter Punkt. Man könnte sicherlich auch nochmal versuchen, Fibonacci hier zu bemühen. Das heißt, was wäre denn hier? Dann haben wir eigentlich diese Marke durchstoßen, diese und diese durchstoßen. Ihr seht, und ich mag ja diese Fibonaccis, bitte nicht einfach durch eine Linie, da dreht er. Das sind immer Angebote. Da werden viele Leute drauf gucken. Haben sie es genutzt? Nein. Also, da weiß ich, da muss ich ja nicht long gehen, wenn es die anderen nicht nutzen. Hier war wieder ein Angebot. Haben die Marktteilnehmer es genutzt? Nein. Es gibt keine Indikation dafür, dass die Marktteilnehmer auch nur eine Sekunde gezögert haben. Hier in dem Bereich. Ihr könnt das euch im Zweifelsfall auch auf den anderen Charts dann angucken. Könnt dann sagen, hier im Fünf-Minuten-Chart. Gab's hier? Jawohl. Hier haben die Marktteilnehmer doch kurz gezögert. Sehr gut. Was haben sie gemacht? Sie haben einen starken Anstieg. Sehr gut. Jetzt bräuchten wir einen Wackel. Ach so, nee, das haben wir nicht gemacht. Okay, also damit ist klar, bitte nicht einfach, da ist eine Linie, da kaufe ich jetzt einfach mal blindlings, sondern lasst euch das zeigen, dass egal auf welcher Zeitebene die Marktteilnehmer Bock drauf haben. Und das haben sie hier nicht. Na gut, also insofern seid ihr nicht überrascht, dann geht ihr halt dann raus, wenn der Markt das eben nicht will. Also wenn ihr sagt, ich gehe da doch pauschal rein, müsst ihr halt irgendwo die Verluste realisieren. Das ist auch kein Drama. Man kann das versuchen, aber man muss sich dessen bewusst sein, welches Spiel man hier spielt. Und das Spiel hier ist eben nicht, oh, das ist eine Linie, das ist ganz sicher, dass es da dreht, sondern oh, das ist eine Linie, da ist die Chance, dass die Marktteilnehmer das aufgreifen. Und wenn ich die Chance nutzen will, okay, aber man muss eben damit rechnen, dass es nicht klappt, hat nicht geklappt. So, gehen wir auf das Ding wieder zurück. Da wäre die nächste Unterstützungsmarke ungefähr 33.564. Das nächste Kannangebot für eine Wende. Man könnte noch mal gucken, ob das irgendwie deckungsgleich ist mit dieser Bewegung. Nehmen wir von da oben nach da runter. Also Symmetrien oder Stämme fest, die liegen ganz woanders. Also keine echte, dass man sagen würde, oh, das ist jetzt so eine große Clusterbildung. Man könnte spontan auch noch mal gucken, ob man das hier in irgendeiner Form Cluster, das war der größte Rücksetzer, den wir jetzt davor noch hatten, weil der ist ja noch tiefer als das. Also im Moment würde ich sagen, wir müssten damit rechnen, dass der Kurs eigentlich in diese Richtung geht. Vielleicht an der roten Marke 33.564 dreht. Ich haue den Nagel in die Wand. Wir werden die Marke von 33.000, wo liegt sie? Das ist das Tief vom 26.20 Uhr bei 33.333 hätte ich fast gesagt. Irgendwie sowas in die Ecke. Das werden wir wahrscheinlich dann noch mal angreifen. Und dann wird es wirklich spannend, wie diese Bewegung in diesem Umfeld reagiert. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, eigentlich, das wird er vorher nicht mehr groß anhalten. Also es ist schon denkbar, dass er sowas macht hier auf dem Weg da unten. Das ist okay. Aber da wissen wir, wenn es ja wackelig hochkommt, haben wir eben am DAX angeguckt, das ist halt ja nicht das tolle bullische Bild. Da muss ich auch nicht unbedingt kaufen. Kaufen wäre nur etwas, wenn er dann anfängt und wirklich sowas macht und dann so. Da würde ich sagen, okay, mindestens was vorne ist, ist typischerweise, klassischerweise hier noch mal zu erwarten. Also das wäre dann vielleicht dann ein Trade gegebenenfalls wert, aber wahrscheinlich auch auf der kleineren Ebene. 15 Minuten Chart, 5 Minuten Chart eher. Ansonsten ist das ja noch mal spannend. Und auch hier gilt die 22. März Marke. Und da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen soll. Warum nicht? Ganz grob. Erster hoch, zweite runter. 1, 2, 3, 4, 5. Dritter hoch, vierter runter, fünfter hoch. Und dann käme jetzt eine große Korrektur. Die dürfte das sogar noch durchstoßen. Sollte aber möglichst korrektiv sein. Bleibt sie korrektiv, wären das sogar wieder Long-Einstiege. Aber da sind wir in einer längerfristigen Analyse. Das ist heute noch kein Thema. Dadurch, dass wir hier ein neues Hoch reendet, ihr euch, dass ich, beim DAX habe ich es eben noch gesagt, aber beim, auch bei den Amerikanern hatte ich die letzten Wochen immer gesagt, diese Marke ist entscheidend, ob es massiv noch mal nach unten geht oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr, ob die massiv relevant ist. Warum? Weil wir haben ein neues Hoch und damit haben wir insgesamt, das wollte ich gar nicht, dann hatten wir insgesamt hier im Prinzip so ein Fünf-Welle und diese Korrektur darf locker hier rein. Wo darf diese Korrektur rein? Das ist auch relativ einfach gesagt, vom tiefsten Punkt, da kann man sich hier so ein bisschen verfallstagsmäßig noch streiten, wie das ist. Das ist hier bei den Futures manchmal mit dem Wechsel so ein bisschen kritisch. Dementsprechend ist das Pattern auch so ein bisschen eigenartig hier vorne noch mal. Aber lassen wir das mal so grob im Raum stehen. Also das wäre ja sowieso ein typischer Rücksetzer für ein Verhaltensmuster, das ungefähr so aussieht. Völlig in Ordnung. Und damit ist diese Marke nicht mehr ausschlaggebend, denn die liegt irgendwo mittendrin. Es ist also denkbar, dass der Kurs diese Marke durchstößt und anschließend doch noch wieder nach oben geht. Aber ihr seht schon, die Klasse hat ziemlich gut mit der 50%-Marke. Ich will es nicht beschreien, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn der Markt irgendwo in diesem Umfeld nach einer Umkehr sucht. Ja, Fibu-Fans werden vielleicht noch die Extensions hier messen, also die Gegenbewegung hier mal hochmessen und stellen dann fest, na guck mal, dann haben wir hier was, also da sind mehrere Marken, hier haben wir auch so ein bisschen was, also würde ich gar nicht ablehnen, aber da lehne ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster, an welcher Stelle er da jetzt dreht. Das sind alles nur Kann-Angebote und ob der Markt das ergreift, werden wir dann noch sehen. Wir haben wichtige Daten noch vor uns diese Woche, sind Notenbanken, kommen noch ein bisschen was raus. Viele sagen ja, das ist ja eh alles Teneff, weil die Notenbanken doch das entscheiden. Nee, entscheiden tun das nicht die Notenbanken, entscheiden tun das die Marktteilnehmer. Die Marktteilnehmer entscheiden, ob sie kaufen oder nicht kaufen, aufgrund der Nachrichten. Ja, das beeinflusst durch die Nachrichten, aber die Entscheidung der Marktteilnehmer ist das, was den Börsenkurs hier hochbringt oder eben nicht. Also ihr seht, vorläufig bin ich eher auf der Short-Seite. Ich bin nicht so sehr motiviert, hier die Long-Seite zu spielen, denn aktuell, was unsere längerfristigen Aktienpositionen angeht, ja gut, da wird vielleicht der ein oder andere dann rausfliegen, hoffentlich dann oder weitestgehend ein nachgezogenes Stopp schon. Beim Index gibt es im Moment nicht so richtig was Bullisches für die Nachmittage jetzt hier zu berichten. Aus meiner Sicht eine sehr große Chance, dass wir irgendwo da eben noch bis runter gehen. Das halte ich für recht realistisch, vielleicht aber mit zwischendurch nochmal so ein Interim-Slong, was wir hier eben im Viertelstunden-Chart, im Fünf-Minuten-Chart angesprochen haben. Das ist auch nicht großartig an, dass beim S&P noch schöner wäre es gewesen, er hätte das Hoch auch noch gleich mit rausgenommen. Hier, das ist das Hoch vom 2. Februar, er hat jetzt nur das rausgenommen, aber es ist halt wie häufig das Hoch hier getriggert sozusagen, aber es ist halt kein Zwischenhoch. Deshalb betone ich das immer, Zwischenhochs sind für mich die relevanten, nicht die absoluten Hochs. Und in dieser Aufwärts, viele sagen ja, aber es ist doch gar kein absolutes Hoch, der Kurs war doch da viel höher. Das stimmt, aber in dieser Aufwärtsbewegung ist das der höchste Punkt. Und das ist ja im Moment eine Aufwärtsbewegung. Also insofern ist das aus meiner Sicht immer so ein Punkt. Das war eine Unterstützung, da ging es nicht darum, hier lang zu gehen. Ich bin kein großer Freund davon. Viele machen das. Es hat auch noch einen zweiten Effekt. Ich hatte es eben so nebenher erwähnt, dass das dann häufig danach dreht. Ein zweiter Effekt ist, da bin ich an dem, ich sage mal, unangenehmsten Punkt reingekommen, bei dem ich so gut wie keine Chance habe, den Stopp hinterher zu ziehen. Wenn ich da oben reingehe, habe ich quasi keine Chance, muss ich den Stopp initial lassen, da wo ich ihn hinsetze, vielleicht hier unten drunter oder die 78er. Gehe ich schon auf den Zwischenhoch rein, das ist hier jetzt nicht so schön ausgeprägt, abgesehen davon handele ich fünfte Wellen ja gar nicht so gerne, aber auf diesen Zwischenhochs hier irgendwo rein, dann habe ich, wenn der Kurs sich dann noch weiter nach oben entwickelt, eine realistische Chance, hier schon irgendwelche Nachziehstops dann zu verwenden und zu sagen, okay, wenigstens ein bisschen habe ich mein Risiko schon reduziert. Deshalb die höchsten Punkte, ich wiederhole das immer wieder, sind nicht so toll. Überlegt euch das ernsthaft, ob ihr das gut findet oder nicht. So, ist natürlich jeder Manns, jeder Frau selber Entscheidung, meines ist es auf jeden Fall nicht unbedingt. So, Abwärtsbewegung hier, das ist im Wesentlichen das Gleiche, da müssen wir nicht so arg viel extra nochmal drüber reden, immer noch die Abwärtsseite, also auch hier die Ziele behalten wir mal im Auge ungefähr 4070, das ist das Tief, was wir hier am Ende April hatten, 26. oder was es war. Vielleicht mit nochmal einem Päuschen und ist die Pause korrektiv, könnt ihr ja gucken, ob ihr dann nochmal entsprechend einen Teil dieser Bewegung mitnehmen wollt. Und Nasdaq, erahnte schon, ist relativ ähnlich. Nasdaq hatte zumindest hier auch einen schönen, also sehr schönen Fünfweller hier nach oben, deshalb bot sich das gleich aus mehrererlei Sicht an. Und ihr seht, dass der Nasdaq, anders als die anderen, nicht so tief runtergegangen ist. Der Dow Jones war ja schon hier, der hat alle anderen dieser Marken hier durchstoßen, diese Fibonacci Levels, der ist viel weniger stark runtergefallen. Deshalb ist das, solange er auf dieser Höhe bleibt, vielleicht wäre es mir sogar noch lieber, wenn er noch irgendwie so, dass es schön korrektiv hier ist, wenn es so bliebe, dann wären das sogar Lungen-Signale. Aber ich denke, bis dahin werden wir noch ein, zwei Videos zusammen hier uns angucken. Also insofern ist der Nasdaq noch der, der mir am besten gefällt von denen, jetzt hier so im aktuellen Bild. Aber das heißt noch nichts. Nur weil er mir gut gefällt, kann der trotzdem noch nach unten gehen. Ich habe noch keine Anzeigen für die Lungenseite. Dafür bräuchten wir noch irgendwas, was vielleicht so aussieht. Dann wäre ich beim Nasdaq gut drauf. Aber das fehlt noch, also insofern bin ich auch beim Nasdaq nicht gut drauf. Der Unterschied ist, warum ich den besser einschätze, ist, dieses Muster ist hier theoretisch schon gar nicht mehr möglich. Was soll das dann werden? Also das passt so dann nicht mehr in dieses Verhaltensmuster. Zumindest mal vorläufig nicht, ohne dass wir vorher noch mal hier tiefer gehen. Also insofern, Nasdaq etwas besser, aber bitte überlegt euch das ernsthaft, ob ihr da die Lungenseite aktuell fahren wollt. Es sei denn, ihr schießt nicht aus der Hüfte, sondern ihr seht, dass die Marktteilnehmer sagen, oh, lass uns doch mal versuchen, Pause und mitmachen. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen eine Hilfe ist bei der Entscheidung, wie es aussieht. Aktuell sieht es tatsächlich danach aus, als ob der Markt diese Abwärtsseite gerne noch mal mitnimmt, was nicht so außergewöhnlich ist. Also total überrascht sollten wir uns da nicht geben bei der Geschichte. das zeichnete sich ab, dass es als eine sehr typische charttechnische Variante eben auf dem Plan steht. Der Markt hat es dann auch tatsächlich so genommen und dann dürfen wir auch nicht sagen, wie jetzt, das ist typisch und macht ja auch noch so eine Sauerei. Das geht natürlich dann auch nicht sinnvoll. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen einen gefilterten Blick jetzt drauf habt oder gefilterten Blick, dass ihr einen Blick drauf werften könnt, so dass ihr eure eigenen, für euch relevanten Filter da anwenden könnt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und sage ganz liebe Grüße. Bis dann.